Hoffen auf Überlebende des schweren Erdbebens in dem afghanischen Dorf Saaruland. In den Ruinen eines Hauses suchen Männer in den Trümmern nach Verschütteten. Die Zahl der Todesopfer nach den Erdstößen im Westen des Landes am Samstag stieg der Taliban-Regierung zufolge auf mittlerweile mehr als 2000 Menschen. Demnach sind in 13 Dörfern insgesamt 2053 Menschen ums Leben gekommen, weitere 1240 Menschen wurden verletzt. Mehr als 1300 Häuser sind vollständig zerstört. Ein Erdstoß der Stärke 6,3 hatte am Samstag die Region um die Provinzhauptstadt Herat erschüttert. Die Behörden meldeten später, acht Nachbeben mit einer Stärke zwischen 4,3 und 6,3. Wir kamen von der Arbeit nach Hause und da sahen wir, dass nichts mehr übrig war. Alles ist zu Staub geworden. Wir haben angefangen, mit Schaufeln zu graben, mit allem was wir hatten, um die Frauen und Kinder aus den Trümmern zu retten. 20 bis 30 Menschen sind gestorben. Im Augenblick haben wir nichts, keine Decken oder sonst etwas. Wir müssen hier die Nacht mit unseren Toten verbringen. Erdbeben ereignen sich immer wieder in Afghanistan, insbesondere im Hindukusch, wo die indische und die eurasische Kontinentalplatte aufeinanderstoßen. Da viele Häuser in dem Land einfach gebaut sind, richten die Erdstöße oftmals schwere Schäden an. Das war's für heute. Der Geist. Das war's für heute. Vielen Dank.